Lade schon wieder hoch. Also wir sind genau, wenn du die Brücke enden siehst, also Alpha ist wieder da, genau gerade hoch. Genau gerade hoch bei den Brücken, zwischen den Brückenpfeilern sozusagen. Da wollte ich ja auch hingehen. Ja, wie hast du das nicht gemacht? Weil ich Disconnect hatte, äh Standbild. Ja komm, komm einfach hier hoch. Ich lade nicht da runter. Da unten läufst du da zufälligerweise gerade bei der Mautstelle oder was das ist, da durch? Ich hab keine Ahnung, ich bin gerade mitten auf dem Hang. Ich seh da nämlich wie so eine kleine Military Base. Onkel, denk dran, du kannst weiter gucken als wir. Du hast Fernoptik. Die Military Base habt ihr aber auch gesehen. Ja, in der Ferne hab ich's schon gesehen. Ich würd sagen, wenn Alpha auf der Bergspitze ist, sagt er Bescheid. Ich seh noch kein Alpha-Tier. Legt sich was? Hm? Hier sind die Bäume. Die da hinten rausgucken. Aber wenn Alpha gleich die Stadt zieht. Hehehehe. Aber jetzt kannst du hier wenig hoch. Hier müsst doch aber langsam wieder hochgehen. Aber Alpha müsste eigentlich jetzt langsam mal hier oben sein. Ja. 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 Ich mach nicht beim Spiel. Mach mal n Ruhe. Ach so. Boah. He. Ich hab mal dazu sagen können. Das lädt. Lät. Huui! Ich bin so lustig. Hehehehe. Hehehehe. Hehehe. Was ist denn jetzt so lustig schon wieder, ne? Huih! Der ist kalt erweit und breit, außer wir beide und ich machen schnell einen Schuss los. Einen Schuss los. Einen Schuss los. Huih! Haha. Das ist so eine Reflex-Reaktion bei mir. So. Ich bin oben drauf. Ich warte hier oben. Boah. Ich brauch schon mal was zu saufen, ey. Das gibt's doch nicht. Wie ich hier saufen muss. Komm her. Schau doch was. Ne. Ach so. Ich brauch auch was zu trinken. Ach so. Ich wüsste esse. Was zu trinken. Dann. Dann noch beides sozusagen. Ich hab jetzt. Ich hab noch einen Soda und ein normales. Also ich hab noch zweimal Coke. Einmal Nudeln. Sechsmal Pepsi. Einmal Sardinen. Huih! Hupel hab ich nicht. Weil der Motor nimmt zu viel Platz weg. Hm. Du Onkel. Wartest du da unten auf Alpha? Ja. Weil ich hab ne bessere Aussicht da oben. Du siehst ja nix. Außer Berg. Find's aber geil. Ja. Aber das siehst du doch nix. Es sieht trotzdem geil aus. Kannst du uns wenigstens sagen, wenn du wieder im Spiel bist, Alpha? Ja. Ich bin grad wieder drinne. So. 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 Ich habe hier. Ein Haus. Und einen Hubschrauber. Haha. Da bist du ja. Dann ist der bei der Militärbasis. Kaputter Hubschrauber, ne? Ja. Ziemlich kaputt. Na von hier aus denk ich mal sehe ich den nicht. Ich denk mal. Ist denn hier rum? Und nicht Lut. Eine Wasserflasche liegt da. Der ist ne Tanke. Ja. Pass auf da drüben bei dem Heli sind aber auch ganz schön viele Zombies. Also müsste ich dich ja sehen. Boah hier geht grad. Was denn? Was? Was? Hier geht grad so ne geile Musik los. Ja. So. So mit Trommeln und so. Echt? Ich würde das. Echt? Hab schon nie gehabt. So orientalische Musik hier. Hab schon nie gehabt. Geil. Wer schießt denn? Was schießt du hier? Ich hab doch nicht geschossen Junge. Ich hab doch nicht geschossen Junge. Ich hab jetzt auch grad nen Schiss gehört. Hast du geschossen? Nein. Ey mach keinen Scheiß. Ich hab jetzt keinen Bock hier zu verrecken. Ich hab nicht geschossen. Kann gar nicht schießen. Na du bist ja allein. Wir würden das gar nicht hören. Aber ich. Wo bist denn du jetzt? Alpha? Bin gleich am Ende von der Brücke. Lässt du die Straße lang? Ne. Durch den Wald. Weil ihr gehabt gesagt ihr hört Schüsse. Ah. Ich seh dich. Ich seh dich. Ich seh dich. Ich hab nen Zombie dabei. Ja. Ich seh dich. Aber ich seh den Zombie nicht. Kannst du mich denn sehen? Wo bist denn du? Von dem Berg. Wir sind obenom auf dem Berg und der hat da n Fernglas. Du guck da gerade so komisch durch. Sieht auch ganz komisch aus. Hallo. Oha. Übelste Pfosten hier. Übelste Schrauben drinnen. Ich hab Alpha schon geseehen. Der Zombie ist übrigens weg. Stauchst波. Ja hab ich vorhin auch gehabt. Ich dachte, dass du dahinter zur Heli-Absturzstelle gehst. Richtig bewachen. Das ist keine Absturzstelle, das ist wieder so ein blöder Heli. Hör doch mal auf! Das bist nämlich du, du Penner! Ich mach nur eine rechte Maustaste! Irgendwie... Irgendwie verhangt ich denn eine rechte Maustaste, was? Ja, das war bei Warsit auch. Keine Ahnung warum. Da liegt das aber ein bisschen an deiner Maus. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich die auseinander nehmen oder was? Nicht mehr. Was ist denn? Was ist denn hier? Ey! Ich will nur suchen! Du die Scheiße! Ey, Hannu, das ist doch Scheiße! Das hab ich jetzt aber angehört. Da oben steht jemand. Das bin ich, geh mal lieber aus der Schussbahn. Wie hierher ist das? Was soll denn der dich sehen? Ich bin hier vorne am Hügel. Wo bist du? Ich bin bei da oben. Ich bin oben da, wo du ihm auch warst. Da siehst du nicht? Ich hab jetzt ein bisschen mehr Überblick. Ich denk mal, der sieht mich. Hä? Aber du musst doch hier irgendwo sein! Bist du mich nett oder was? Nö. Du musst die Pfeile abpacken. Komm genau auf dich zu! Und zu mir sagen, ich bin blind! Ach ja! Ich seh ihn! Der kommt hier hoch spaziert! Das geht halt nicht schneller! Doch schräg! Bis zum Endeffekt alles schneller! Doch! Da läuft einer schräg hoch! Bestimmt der Onkel! Ich bin so lange weg! Nein! Kein Bock drauf! Ganz ruhig bleiben! Ich hab die Waffe auf dich gerichtet! Ne, ich guck extra wo anders hin! Piesten da hinten in Aira Ich will nicht, ich will nicht zoomen, weil sonst... Quinket dreht sich immer von mir weg Nein, 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 ich will nicht hoch, nein Wenn ich jetzt richtig kann, kann ich wetten Nee, doch nicht Ey, keine Ahnung, was das ist mit der Maus Ich hab keinen Plan Ich hab auch keine Ersatzmaus Hab schon eine, aber Eine Laptop-Maus, so eine ganz pippel Mini-Maus Ey, der Kunde, der schläft ja gleich einfach am Laufen Ey, der Kunde, Alter Ist ja nicht dein Ernst Ich bin so definitiv schneller, wenn ich schräg laufe Scheiße, ey Dann haben wir uns wenigstens schon mal getroffen, ne? Boah, Alfa hat die Stadt noch nicht gesehen, so war es aber auch Schieß mal ein Alpsi oder so nie Alfa, kommst du mal her, ha? Ich wollte nur zoomen, ha? Ja, genau Das ist aber noch nicht ganz oben, ne? Da geht's ja noch höher, da hinten Hm, aber hat das oben recht Oh, guck mal, Alfa ist auch immer so still Alfa? Alfa? Hm So, was ist denn das hier? Was denn? Watt Der Berg Nein, Berg Keine Bäume, kein Gras und nix Ja, war so Aber Schnee Und da unten sehe ich auch nix aus und Nebel Doch Der Berg zieht sich auch ganz schnell Wie lange haben wir gebraucht? 5 Minuten oder so, bis wir oben waren? Das fängt sowieso gleich an und macht ja wieder ein langsamen Laufding Ne, ist er runter Und da müsste er eigentlich immer schnell gehen Ne, zack Was? Das ist er beschiss Wir laufen doch runter Das ist er beschiss Ach, ich sei Ach, ich sei Ja, siehst du, was wir hochgelaufen sind Bucht die ganzen Bäume da hinten an, da müssen wir auch noch durch. Das erste Gebäude erscheint schon im Hintergrund. Ich sehe nur Bäume, ich sehe da hinten das erste Gebäude und da hinten noch das große Gebäude. Wie ganz viele Bäume. Ich sehe die Gebäude, die Gebäude, die Gebäude, oh ne, ich sehe die Gebäude, die Gebäude, oh ne. Loaf, hohes Loaf. Was du denn? Seck. Wieso? Weil ich schon glatt beim Dämpeln bin. Ja. Ja. Wärst ja gern mal. Ne. Das ist doch ein Boot. Da hinten steht ein Schiff, kaputt ist. Das ist ein U-Boot. Das ist ein Schiff, das ist ein ganz schick normales Schiff. Ich habe ein U-Boot gesehen. U-Boot, du. Wollten wir in die Stadt? Wollten wir in die Stadt? Also Alpha ist ziemlich eilig. Sieht aus wie Alpha da runter rennen. Er hat's eilig. Alpha, hallo? Haha, was denn? Ach du ist eilig? Na klar. Ach Loot? Da gibt's nicht. Braust du Loot? Braust du Loot? Gibt's schon Loot, aber für so eine große Stadt ist das relativ wenig. Ach, da hast du gar nicht geguckt. Ist denn nur die Einkaufsdinger ne? Na? Dann nur die Einkaufsdinger ne? Na Alpha, hast du nicht mal die Stadt hier gesehen? Oh, reicht. Komm mal rausklappen. Haha, genau. Was ist hier doch gar nicht? Mach du's. Ach du Scheiße. Alter willst du mich verarschen? Das siehst du jetzt grad bloß nicht, he? Weil im erstes deine Grafik einstelle wahrscheinlich grad. Wo ist er denn hin? Er läuft da links. Ich sehe ihn schon gar nicht mehr. Ja, wo du hinläufst, da ist ja keine Stadt. Komm mit. Willst du da Halle? Wo willst denn du hin? Na in die Stadt! Hm? Hier hinten findest du viel mehr Loot. Das ist groß. Das ist doch nicht groß. Wir erwarten einmal, dass wir es sehen. Ja, wenn er die Statue und so sieht. Und... Und... An hier Einkaufsdinger kommen können. Oder wenn er einfach in die Straßen reinguckt dann da vorne, ey. Ja, die ganzen Kreuzungen, ne? Die ganzen Seitenklassen und alles. Oh, was ist denn das hier? Ach. Großes Gebäude. Dreckgebäude oder sowas. Was sind das? Ach, hat sogar einen Eingang. Ach, das ist doch bloß ein großes... Hä? Cool. Das ist doch gar eine Leinwand drin. Das ist das Ding hier von Hammer und Sichel. Ach, könnte es immer Hammer und Sichel in Russland geholen. Ja, aber das ist doch eine Freude, wo die Statue war. Kino. 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 Kino würde ich jetzt nichts sagen. Aber... Ja gut, kann schon kino sein. Der ja. Da unten geht's rein. Ach so, das bist du. Ja. Ja, ja, ja. Wir sind da oben. Hier oben ist nix. Oben ist alles leer. In der Gebäude ist nix. Doch kein Kino. In der Gebäude ist nix. Hier hinten ist das große Eingang. Hier ist... Hier ist was. Was denn? Hier ist ein Seiteneingang. Hier ist ne Kirche. Die Kirche. Kirche. Wir sind sogar Kameras. Die Kirche. Das war trotzdem kein Dud. Hier ist keine Kirche. Das ist, äh, ein Dings. Äh, äh, hier. Die Kirche mit Videokameras. Yeah. Das ist hier ein Dings hier. Jetzt sag doch mal, wie heißt denn der Scheiß? So ein Regierungsgebäude. Regierungsgebäude, genau. Sowas wie der Bundestag. Ja, raus hier. Komm nicht zu sehen. Komm nicht zu sehen. Komm nicht zu sehen. Ja. Es ist aber... ...geil gemacht, muss ich sagen. Mit wenig Liebe zum Detail. Nein. Ich find's cool. Geht's hier rund? Geht's hier an der Tiefgarage oder so? Geil! U-Bahn! Jawohl, da war ich auch noch nicht. Öh. Sinnlos. Was? Ne Unterführung. Klasse. Ne Unterführung. Was bringt denn diese Unterführung? Warte, das ist... Ach so. Oh! In der Straße. Also hier ist das Museum, wo alles an der Decke hängt. Ja. 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 So, hier drin. Ich hab's doch gesehen. Ich sehe nur, dass Alpha im Boden läuft. Hahaha. Hahahaha. 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 Das sieht aus. Der Alpha. Hahahaha. Hahahaha. Da sie scheiß Uhren. Hahahaha. Was? Komm ich denn aus dem Boden raus? Bist du bei dir auch im Boden drin? Nee Ich seh in dem Boden drin Die andere Frage ist, wie kommst du in den Boden rein? Ja das ist wegen der Treppe Ja die Treppe nicht mitverantwortlich zu sagen Zeigst du doch mal rein, jetzt läuft er auf Ich kann aber trotzdem wieder als U-Boot rein hier Ja dann gehst du jetzt nimmer Jetzt gehst du jetzt nimmer raus oder was? Ja Dein Rucksack Ich bin wieder Ach das darf das wird meiner sein wahrscheinlich Hast du vielleicht doch was drin liegen lassen? Kann gar nicht sein weil der auf Loot drauf liegt Ah ja ja okay dann ist das ja nicht Und du hattest deinen Rucksack Ich will den Mist da wegräumen Ich will den Mist ja weg ja Ich will den Mist Ups das war ich Ach Du schießt du Wie geil ist denn das? Ich hab... Da liegt ein Cheshpack und ich nehm mir ein Alice Pack da raus Umgekehrt umgekehrt kann ich es ja nachvollziehen Ja Oh Naja okay War denn nicht der Loot der an der Decke ist? Ist gar nicht mehr da Da war im Museum Boah du bist echt Alter Ja ich bin alt Ja ich bin alt Dich so wittig Oh Oh Hier ist ein Fernklaasmeister Moment Muni Akkurs Hier ist eure Messer Hier liegt nimmer Karab und Muni dafür Ganz wichtig Falls einer was braucht Ja ich brauch die Muni Hier so Hier ist ein Steelboat für dich Onkel Und ein Jagdmesser Achja den wollte ich das Aber äh Naja ich kann mal was trinken Was essen Aber in obersten Stock brauchst du Netze gehen das ist nix Hast du die Ferngläser und die Messer schon? Ich hab keinen Platz mehr Ich mein doch Alfa Dann ein Glas hab ich Nö und auch das Messer was dort lag Da hab ich mich dann geschnappt Obwohl Ach nee Alfa ist ja komplett ohne oder? Ach nee der hat ja jetzt Doch egal Ach was ist denn jetzt? Echt Was ist da halt Stand dort? Habst du gar ne Karte? Ja ist auch ne Map jetzt haben wir alle ne Map